Oh, wir sind bei der 14 heute, Winskalenderzeit. Und nach diesem Horror da in der 13 kann eigentlich nur was schönes jetzt kommen. Es ist Wasser. Okay, Wasser und einfache Sprünge. Oh, es ist immer ein Jumpman wo... ...pisst mir daran vorkommen, nein, ein Jumpman. Wo man die Sprünge erkennen kann und wo man nicht mit Lava total vollgemacht wird. Das ist so schön. Nur wieder mal kein Checkpoint, wie es aussieht. Ich meine, das hier ist für mich... Naja, ein Checkpoint... ...gibt es schon, doch. Das finde ich sogar eigentlich ganz gut bei der Main 4. Hä? Ist ja mal dämlich, warum macht man denn sowas? Hä? Wo ist denn der Block? Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen, okay. Habe ich nämlich tatsächlich nicht verstanden. Aber... Aber... Yay. Es ist wenigstens irgendwas Mögliches. Und komm. Hier, vielleicht brauche ich diesmal kein Game Mode. Wake Lesson Emergency. Ich muss das Glas, glaub ich, mal brechen. Auch wenn mir das gar nicht viel helfen wird, weil... Ich immer weggetrieben werde. Ähm... Wasser, 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 Wasser... Wasser, was mir helfen kann, ist dieses hier. Ohja, das hat mir sehr geholfen. Was war das jetzt? Ja, das war die Rettung. Ah, das ist jetzt auch die Rettung. Muss ich hier hoch? Ne. Wo muss ich lagen? Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Ich muss da wirklich hoch, okay. Und ich muss da sehr, sehr langsam hoch. Okay, und ich hab keine Äpfel mehr. Und nein, ich hätte mehr Äpfel mehr. Ich hatte... Hatte ich Äpfel? Ja, in der Kiste waren bestimmt Äpfel. Sind immer in der Kiste Äpfel drin. Ich... Brauche jetzt Äpfel, weil... Ich kann nicht mehr sprinten. Hm, okay. Leute, Äpfel sind richtig wichtig. Deswegen is ganz viel Äpfel. Das ist super. Denn mit Äpfeln könnt ihr besser sprinten. Naja. Wie man aus Minecraft ja kennt, ne? So, jetzt muss ich wieder hier hoch schwimmen. Und dann hol ich mir erst mal Äpfel. Und dann passt das. Und ich hol mir... Fleisch. Ich hab... Du musst auch ein bisschen Fleisch, Leute. Das ist richtig. Reicht das? Im Moment reicht's erst mal. wir haben die vierten geschafft und ich kann ja wieder äpfel sehr gut äpfel sind super und ich vergesse immer auf nacht zu setzen ich vergesse es jedes mal ich drücke immer erst aufs bett als auf den knopf sehr gut 14 geschafft super ich würde sagen wir sehen uns in der 5. bis 2